Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Spanisch Frico 2. Spanisch Frico hört sich zwar fremdländisch an, ist aber ein Eintopfgericht aus Westfalen, das schon Henriette Davides, die bekannteste westfälische Köchin und Kochbuchautorien von 1801 bis 1876 in ihrem Buch Praktisches Kochbuch von 1845 als beliebt und kräftig beschreibt. Sie schreibt, im Allgemeinen lieben die Herren bei dieser kräftigen Speise eine starke Würze, indes tut man wohl, sich möglichst nach dem Geschmack seiner Gäste zu richten, da sie sonst leicht zu scharf ausfallen könnte. Die Herkunft des Namens ist ungeklärt, deshalb gibt es, wie üblich, einige Deutungen. Eine besagt, dass es vom küchenfranzösischen Fricot ist gleich, Ragu kommt. Demgemäß bedeutet Fricota ein Ragu zubereiten. Das Französisch-Lexikon zeigt aber auch, dass Fricota aushacken bedeutet im Sinne von krumme Geschäfte machen oder gar Bücher fälschen. Genug der Etymologie, kommen wir zum Rezept. Dieses Spanisch-Frico-Rezept ist eines von zweien im Koch-Wiki. Es stammt aus einem alten Buch mit westfälischen Rezepten. Für vier bis sechs Personen werden folgende Zutaten benötigt. 300 g mageres Rindfleisch von der Keule, 300 g Schweinefleisch von Kamm oder Schulter, 50 g Schweineschmalz, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, 2 x 125 ml Fleischbrühe, etwas Fett zum Einfetten der Form, 600 g Zwiebeln, 750 g Kartoffeln, 2 Lorbeerblätter, 3 Gewürznelken, 250 g magere, saure Sahne, 3 Esslöffel Butter. Folgende Utensilien werden benötigt. Kochmesser und Küchenbrett. Schmortopf. Feuerfeste Auflaufform mit Deckel. Zubereitung. Das Fleisch in dünne Scheiben schneiden. Das Schmalz im Schmortopf erhitzen und die Fleischscheiben darin kräftig anbraten. Mit Salz, Paprika und Pfeffer würzen. Die Hälfte der Fleischbrühe angießen und das Fleisch bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten halb gar schmoren. Zwischenzeitlich die Auflaufform reichlich einfetten. Zwiebeln und Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. Fleisch, Zwiebel und Kartoffelscheiben lagenweise abwechselnd in die Form schichten, dabei die Lorbeerblätter und Nelken dazugeben und die Kartoffeln salzen. Die zweite Hälfte der Fleischbrühe dazugießen. Die Form zugedeckt im Backofen bei 175 Grad Celsius, Gasstufe 3. 20 Minuten garen. Die Sahne verquirlen und über das Frikot geben sowie Butterflöckchen aufsetzen. Nochmals 20 Minuten schmoren. Die Form auf den Esstisch servieren. Als Beilagen eignen sich Frischer Salat Diese Varianten gibt es Spanisch Frikui Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!